Willkommen zurück Leute zu Pyro and Warriors 2 One Piece, wir sind Kapitel 2 Episode 2 und ich würde sagen, wir starten direkt und zwar natürlich als Cousin, er ist ein Techniker, Betty Wax Ruben, ja wird schon onsteuern mittlerweile, aber scheiß drauf, das ist auf jeden Fall wert, ich will zumindest auf jeden Fall seine ganzen Fähigkeiten, und wir hören uns jetzt wieder das Intro der Mission an. Das ist es nicht an, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht auf jeden Fall sein. Das ist ein Teil der Abenteilung, die ich dann auf jeden Fall war, dass wir uns nicht auf jeden Fall haben, der Weltkastell, den E-Beltkunden hat. Das war's für heute. Dann gehen wir auch! Aron wird auch noch stärker sein. Schau, Aron ist hier! Wer ist in der Nähe? Oh, das ist ein Krokodail! Was ist das? Warum sind sie zusammen? Ich denke, dass sie mit den Kriegen gegen den Krieg sind. Das ist das. Along und Sir Crocodile und wie heißt der ganz oben noch, ich weiß es nicht mehr. Unterstütze Nami und Jinbei. Obere das Territorium, die Kampfverbreitung, Münzen auswählen. Ähm. So. Bam. Und wie denn noch? Machen wir einfach in die Füchte rein. Scheiß drauf. So. Ja, das passt schon so. Smoker lassen wir drinnen, Fähigkeiten auswählen. Okay. Und los geht's. Ich bin gespannt wie ich mit Kusan jetzt kleinkomme. Und wir haben tatsächlich den Along Park wieder aufgebaut zu schauen. Ohohohohoho. Krass. Ja. Wir nehmen erstmal das ja in den Riesern. Ja. Okay. So, Raffi, hilf den anderen doch mal und steh da hinten nicht mehr so rum. So, jetzt machen wir den südlichen Wald schnell. Auf jeden Fall macht es richtig Sport mit Kusan, der ist richtig krass. Ihr seht es ja, was er hier teilweise drauf hat. Ohohoho, allein Dämmungser. Was hat er gemacht? Er hat mit Eis-Stacheln geschossen. Ohohoho, wurde auch schon eingenommen. Boah, ist der krass. Alter, mit dem komme ich richtig gut klar. Was hat er gemacht? Dämmungser. Das war's für heute. Genau Okta. Genau. Wo soll ich jetzt jetzt hin? Hörer Ach nicht die, alte Leute Wo ist die Alte denn? Okay. Das sieht so geil aus, wenn der hier in Eisform ist. Der Alon bewegt sich ja gar nicht mehr. Der kommt ja gar nicht mehr da raus. Überzeugung gescheitert. Ich habe das falsch gemacht. Ich dachte, ich müsste den einfach besiegen. Oder wie soll ich den? Boah. Wie ist die Fähigkeit? Wie ist die Fähigkeit? Wie ist die Fähigkeit? Okay. Ich muss die Fähigkeit. 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 Wie ist die Fähigkeit? Ah, da ist sie, Alter Komisch, komisch, weißt du, ich hab jetzt, ich krieg das manchmal echt gar nicht mit, was ich jetzt verkackt habe Aber guck mal, ich hab doch hier alles eingenommen So krass verkacken konnte ich doch gar nicht, denn Okay, dann geht's weiter, guck mal, ich hab doch hier alles eingenommen Wahrscheinlich Missung schadet, weil, ja, weil ich den jetzt getötet habe Oder zum Rücksuch, ich hab hier nicht alles getötet A long deal Okay Ich hab hier doch gerade, ich hab hier doch gerade ja, es wie sieht Ich sehe nichts Damit Okta unterstützt werden kann, unterstütze Nami Ja, was heißt denn das, auf jeden Fall nicht Okta angreifen Ich mach erstmal die alte Platte So, jetzt muss ich Nami unterstützen Ich weiß nicht, was sie damit meint, aber ich werde diesmal auch da nicht angreifen Wo ist sie denn Wo ist sie denn Die ist noch hier hinten Nami, lauf Kuzan Wieso, ich hab die doch gerade eben erst besiegt, wollte ich mich verscheißen Ich hab die gerade eben erst besiegt, jetzt ist sie schon wieder da Geile Sache Warum also besiegen, wenn die sowieso 5 Sekunden danach wieder da ist Ah Das ist also schon das Helfen, ne Ja 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 Ja